Zumindest am Wochenende können wir den Regenschirm zu Hause lassen und auch die Winterjacke kann in den kommenden Tagen eine Pause einlegen. Mit bis zu 9 Grad ist der Samstag der kälteste Tag. Bei bedecktem Himmel liegen die Temperaturen aber auch in der Nacht über dem Gefrierpunkt. Am wärmsten wird es am Sonntag. Mit Temperaturen zwischen 5 und 13 Grad reicht eine Übergangsjacke. Der Montag bringt dann doch wieder etwas Regen. Bei Tiefstwerten um 8 Grad sollten wir den Regenschirm vorsichtshalber einpacken.